so leute willkommen bei mir nachs video wie oft muss ich das video starten jetzt die sind jetzt wieder mit halt die fresse da unten halt die fresse halt die fresse sag mal was jetzt so leute wir spazieren ein bisschen rum ich nehme euch mit heute wir sehen uns gleich bei kanalberg an hier so leute wir sind jetzt immer noch unterwegs der macht der macht hier haben auch gerade video hallo wie dann sind jetzt abchecken ja im bern 66 und ich bin das heißt jetzt da hier fällt kurz mein namen vergessen darling eine wohnung hat die fresse jetzt ok hat die fresse jetzt ja wie kommen wir mal ein neues blog bei diesem blog wie schäme palinktänen dann nein natürlich nicht spaß doch und ja abonniert ihn mich nicht oh diga das sieht so geil aus mit diese pflanze ne guck mal wie gehen jetzt kanalberg wie oft habe ich gesagt gehen jetzt kanalberg ok 80 mal habe ich gesagt und vorhin war spinnen auf meinem kopf oder der wollte nicht runtergehen ja der hat kurz neben der kindergarten kurz rum getreten rum getreten du hast rum getreten nicht mehr besser hintergrund guck hier bläht bläht hallo so wir sind immer noch unterwegs hallo ja hier sind wir chillen jetzt teil 1 teil 2 teil 3 kanalberg weil die leute sagen wie ist nun wie los wie oft gehen wir hier noch kanalberg entschuldigung wie heißt er ja so jetzt sind wir durchscht doch auf der ist ja aus wie kanal so leute wir gehen jetzt wieder den berghof was hinter mir zu sehen ist diesen ganzen berg hoch laufen mit diesem opfer der gerade beschäftigt hat die fresse hat die fresse jetzt komm kommst du hier hoch kommst du hier hoch an uns die können fliegen wir müssen hoch gehen ja wegen dir ey armen schon wieder spinne auf meinem kopf best mit dich aber ist wieder runter gegangen weil ich hab ihn so geboxt ich hab ihn so gebraucht jetzt müssen wir ausmachen bist du mach dich hält die fresse begar wie schirr mal hu hallo hallo so wir sind mitten auf berg weil der kann nicht mehr ja du hält die fresse begar Der kann nicht mehr hoch gehen, darum machen wir Pause jetzt hier und ja, wir machen jeden Tag Sport, 35 Grad und wir gehen berghoch, 35 Grad und wir gehen berghoch, ja wegen dir, ja wegen dir, weil du keinen Chillout kennst, was spuckst du, scheiß Ausländer, Ach so, ja, du warst Deutscher, ne, nein, eben nicht, von russischer Modus, blä, in russischer, Leute, nichts gegen Ausländer, Video ist nur Unterhaltung, halt mal fress da oben, Video ist zu, Unterhaltung, wir sind nicht, wir sind nicht rassistisch, ja, ja, halt die Fresse jetzt da, Die machen nur Spaß, also nicht ernst nehmen, und ja, ich bin selber Ausländer mit Deutscher Pass, ja, wir sind jetzt Kanalberg angekommen, äh, jetzt sitzt, oder wo bist du, kann man dich sehen, im Video, nein, okay, tschüss, äh, jetzt wir sind Kanalberg, Halt die Fresse, guck hinter mir, Kanalberg, hier, Und, ja, Leute, check bei ihnen auch ab, wie heißt du bei YouTube, Vampir Darling, Vampir Darling, Manning, halt die Fresse einfach, Vielleicht verlinke ich dich nicht, mal schauen, mal schauen, mal schaun, mal schaun, chill mal, und ja, Hier, hinter mir kann man die Berge sehen, ich dachte früher immer, dass hinter diese Berge zu kreist, Wala, ich weiß, bei nicht, aber ich dachte früher so, aber frag nicht, wieso, Wieso dachte ich sowas, kannst du mir das sagen, Ja, ich war da, sieben, Halt die Fresse, Halt die Fresse, Junge, Halt die Fresse, Junge, Halt die Fresse, Junge, Und da dachte ich, und da hinter, und auf der Seite hinter der Berge, dachte ich, äh, Österreich, Äh, äh, Österreich ist da, Türkei ist da, Wolltest du wissen, ne, du, Deutsche, Kind, Ja, früher, 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 da war ich sieben, wo ich sowas dachte, Aber jetzt weiß ich, jetzt weiß ich, Werd mal, Spinst du, meine Videos werden keine Schimpfwörder hier verwendet, Ich fresse, Kind, So, Leute, wir sitzen jetzt ein bisschen, Ich film mal, Christian, wie wir sitzen hier, Das ist jetzt irgendwie Kante, keine Ahnung wieso, Äh, Wir gehen jetzt den Berg langsam runter, Äh, mit Jason Hubert, äh, oder was, Möhofer, Digga, Was war dein Name? Äh, äh, Möller, äh, Nein, auch nicht, Äh, Scheiß drauf, Nein, Und wir gehen den Berg hoch jetzt, äh, Den Berg runter, Ja, gesagt, was wir hoch, Guck, wegen dir alles, Digga, Wollte einmal nicht still sein, weil, Hä, Alter, die Fresse, Schaut bis zum Ende an, Schon gar nichts, Sehr geiles Video, Hab ich jetzt irgendwas gesagt? Ja, Sagst du, Digga, Schaut bis zum Ende an, Äh, Das ist ja lustig geworden, Sag ich mal, Sag ich mal, Und, Digga, Hallo, das wieder, Oh, ey, Kamera film, Digga, Ich seh das später bei Bearbeitung, Ja, Ich fühl dich, Hütchgesicht, Schlaß über Bödenkopf, Digga, Kackgesicht, Spass, Spass, äh, Keiner lacht, Leute, Diese Schimpfwörter sind nur aus Spass, Ja, schon klar, ne? Von Jürgen, In echt sind wir nicht so? Sind wir wirklich nicht? Äh, Also, ich bin nicht so, Vielleicht bist du so? Also Kind Deine Tochter ist Assi Also wie eine Tochter, dein Sohn ist Assi Ich habe einen Sohn, ne? Du denkst auch, dass ich eine Tochter habe, ne? Ja, vielleicht Die Fresse In deinem Kind Hä? Hartz-IV-Beamter, ne? Vielleicht du bist Hartz-IV-Beamter Nee, vielleicht Spaß Und so Leute Das war alles nur Spaß Hier ist niemand Hartz-IV Niemand hat hier so eine Tochter Oder so einen Scheiß Ja Tschüss Laufen musst du noch lernen, ne? Die Pflanze belästigt mich Du belästigst die Pflanze Weil du oft die Pflanze laufst Ja, du belästigst mich Check bis zum Ende ab Wie oft hab ich gesagt Ja Was soll ich jetzt sagen? Ja, wir sehen uns gleich Wenn was Action-Maction passiert Leute, wir laufen den Berg jetzt hier Einmal runter Hinter mir den Weg So sieht es aus Ui Maschallah Kommst du mal jetzt? Es ist ja warm Es ist ja warm hier, ne? Es ist ja warm hier Könnten es locker um die 70 Grad sein oder so Was glaubst du? Halt die Presse, Digga Es ist 36 Grad 36 Grad Oder 35 Grad Digga, wir rennen da hoch Digga, Kilo Berg voll Äh 70 Äh Ne, 90 Grad neigungen oder so, Digga Redner nicht Hm Ja, was? Das juckt denen nicht Ja, wa Oh shit So Leute, wir machen Wir machen jetzt kurzen Spaziergang durch den Wald Der da hinten ist wie... Jetzt bin ich da weiter hinten, ne? Wieso? Digga, da sind... Äh, immer... Äh, Würmer und so... Ähm... Dings halt... Ja... Ah, Junge, wie dreckig hier Kamera, warte mal Ui, Maschallah Nein Gutes Abcheck hier Wuh Spaz, äh... Jetzt... Hallo Jetzt könnt ihr den Wichser besser sehen Gutes mal deine scheiß Kamera, Digga Check bei ihnen nicht ab Auf jeden Fall Äh, und... Ich fisch gleich wieder mein Video, ne? Okay Leute, das war... Das war... Das war Spaz Check bei ihnen ab Ja, besser ist für dich, glaub mir Nicht? Ich fick das Okay, Spaz Check bei ihnen auf jeden Fall nicht ab Äh... Oder check bei ihnen ab Was... Mach was ihr wollt Wiii... Ich verlinke ihn nicht unter meine Video Was machst du? Ey, mein Bart ist wieder gewachsen, ne? Ne? Digga, was wünschst du mich? Digga, was wünschst du mich? Und... Ja... Abonniert gerne meinen Kanal Wenn euch das Video gefallen hat Und... Vergesst es nicht zu liken Abonniert bei denen auf jeden Fall nicht Nicht... Spaß, Digga 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 Ey, Amanda Sikkim diese... Hensch für dich! Passt du davon! Digga! Deine Trost ans Pett Dein Wader Äh, jetzt... Lass mal dann weiterlaufen Willst du jetzt nicht da? Nein, Mann, wach Wann ab da? Okay, dann komm mal mit hier Ja, verreckt dann da Ich geh jetzt So, Leute, wir gehen jetzt über die Brücke Äh... Und da ist... Wasser, Wasser, Wasser Ananas Sikkim Da ist, glaub ich, ein Holz Nichtsicher Digga, ich vergewaltige gleich deine Großmutter Du Hund Hör mal auf jetzt! So, Leute Wir gehen jetzt weiter Ananas Sikkim, ich hab ein Wurm umgebracht Lass bei Dings Äh... Wo? Äh... Ja, das Siemens Gebäude abfanden Äh... Wurtscheln? Ja! Okay So, Leute, wir gehen jetzt in einem verlassenen Siemens Gebäude Bornetscheln Ich hab mir gesagt, dass wir reingehen, oder? Bornetscheln! Nein, hier! Ähm, wie viel Geld? Ähm, hast du eigentlich noch? Ja Naja, also halt... Ähm... Wir, ähm, teilen die uns, oder? Eine Woche hast Vielleicht Ich hab dir 5 Cent, aber das musst du mir zurückgeben, ne? Wie viel? 50 Cent Ja, es sind 60, brauch ich Du brauchst 60! Ja, es sind 60 nur! Na, sag mal! Spinnst du? Aber das will ich schon zurück, ne? Aber das will ich schon zurück, ne? Ja, du kriegst du schon! Ja, musst du auch! Nächste Woche halt dann! Oha! Ich will morgen! Bis nächste Woche... Bis nächste Woche wird es 2 Euro, ne? Weil ich so lange warten muss! Ich klatsch dich gleich! Ich fress! Ey! Amunaski! 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 Okay Spaß! Hallo! Komm mal hier! Sag mal! So Leute! Äh... Ja! Hast du überhaupt noch einem 60 Cent überhaupt übrig? Na, glaub ich, Geld! Ja, aber besser ist für dich! Aber das musst du mir zurückgeben, ne? Ja, besser ist... Musst du! Ja, ist ja okay, Digga! Gib mal, dann morgen zurück, Digga! Morgen, Digga, eh! Obwohl, ja okay, wenn du... Ich schreib das auf, ne? Ich vergesse es nicht! Ähm... Damals hast du mir immer Brite gekauft bei... Pausendings... Das hab ich aufgeschrieben! Das musst du mir auch zurückgeben, ne? Aber wie viel ist denn das? 200 Euro? Nein, über 400 schon! Was sind 400 Euro? Digga, gib mal jetzt mein Geld zurück! Eigentlich... Ey, Digga, kannst du bald zurückgeben! Die sind ohne Spaß 400 geworden! Digga, ich hab dir ein Jahr lang Brezel gekauft! Weil du... Kein Geld dabei hattest! Du musst mal zurückgeben! Was? Zahlt er deine Mutter, ne? Zahlt er deine Mutter? Weil meine Mutter... Trotzdem musst du mir 400 Euro zurückgeben! Jetzt hast du wieder 6 Cent ausgedient! Ey, wo denn, hallo? Gib ich dir noch! Ja, gib mir! Zack, zack, zack! Aber das musst du dann zurückgeben, ne? So, Leute! Ich hab ihn damals... Äh... Ich hab ihn damals... Äh... Äh... Ich bin Ruze, bläht! Alte Fresse! Nein! Ich filme das zur Sicherheit! Wenn du irgendwann mal groß bist und immer noch die 400 Euro nicht bezahlt hast, dann kannst du das Video angucken! Wenn ich später äh... Erinnern und danach kannst du bezahlen! Dann kriegst du sogar... Nein! Dann guck! Aber wenn ich ähm... Ja... Dabei! Wenn wir ähm... Größer sind... Lack! Dann kriegst du 4.000 Euro! Weil ich dann... Äh... 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 Dann krieg ich eh... Äh... Dann krieg ich eh... Äh... 4 Minuten! Hör mal! Jetzt ohne Spaß, Leute! Der... Der schuldet mir 400 Euro! Safe sind das 400 Euro für... Äh... Ein Jahr lang! Brezeln, Digga! So Leute! Äh... Ich muss das wieder sagen... Also... Der schuldet mir 400 Euro! Ist das ehrlich? Oah... Jau war der Blut, Digga! Digga! Du schuldest mir 400 Euro! 400 Euro! Ich hab dir wohl nicht nur Brezel gekauft, ne? Ich hab noch andere Sachen... Was denn noch, eh? Ja, siehst du dann später! Zeig's dir! Liste! Und... Ja! Äh... Wir vergessen den Thema jetzt! Äh... Ich film weiter! Das ist mein erster Vlog und so! Mit einem Bierern! Oder? Komm mal her! Hallo! Was geht ab? Check bei mir ab! Bierern 66! Bierern 66! Und... Das ist auch... Eine Musik! Die zwar kein Mensch... Ja! Leute! Checkt mein zweiter Kanal ab! Da lade ich Musik hoch! Ihr könnt diese Musik alle bei eurem Videos... Verwenden! Halt die Fresse! Ich habe... Ich poste geile Songs! Ganz bei deinen Videos verwendet! Die sind ohne... Äh... Oder wie heißt das? Copyright! Ja! Ohne... Copyright! Ja! Halt die Fresse! Die haben... Die haben schon verstanden! Leute! Ihr könnt meine Songs auf BTG Musik... Alle abchecken! Äh... Ich lade jeden Tag dort Musik hoch! Checkt ab! Ich verlinke es unter das Video! Also mein... Zweiter Kanal! BTG Musik! Verlinke ich unter Video! Und ja Leute! Checkt auf jeden Fall ab! Ich glaub das wird längster Vlog sein auf diesem Kanal! Glaub ich! Weil... Da sind auf jeden Fall über 20 Minuten die ich hier gefilmt hab! Oder vielleicht weniger oder vielleicht mehr! Keine Ahnung! Weil ich ständig Pause machen muss! Weil irgendwelche Leute kommen! Weil ich darf nicht Leute einfach filmen! Und keinen Bock zu fragen! Ob die bei Video sein wollen oder so einen Scheiß! Darum... Ja... Mach ich lieber Pause! Checkt! Und ja! Ja ich hab in diesem Video noch Scheiße gelabert! Dank dir! Halt die Fresse! Halt die Fresse! Ja Leute wir gehen jetzt Markhof! Ja und da kurz! Schieben wir Siemens Gebäude! Und ja! So Leute wir gehen jetzt U-Bahn! Mit... Hallo! Ja! Wir gehen jetzt U-Bahn! Wir gehen jetzt U-Bahn und dann nach Markhof! Und dann nach Hause! Wir gehen doch nicht Siemens! Wiiiii! 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 Auf jeden Fall danke dass ihr bis hierhin angeschaut habt! Aber der Blog geht noch ein bisschen weiter! Schau bis zum Ende an! Ist sehr geiles Blog geworden! Ja! Wir sind jetzt Markhof! Mit... Ich sag Markhof! Diese Wichse! Ja! Und hier an der Stadt! So Leute er will sich... Was willst du kaufen? Ja! Ich denke er übertreibt mich nicht hier! Digga warte mal! Warte mal! Warte mal! Okay! Er holt sich... Er holt sich Cola! Billig Cola! Ja okay Digga! So Leute wir gehen jetzt Kasse jetzt! Also mit dem... Wir gehen jetzt Kasse Kasse Kasse! Ja! Checking up! Piran 66! Hey Leute wir gehen letzte automatische Kasse! Ja! 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 Da kommt nix! Ich weiß! Da komm echt nix! Ich kann gar nix machen! Digga! Digga! So! Jetzt! Das war's mit meinem kleinen Blog, wir haben Teil 3 mit Jason gedreht, abonniert gerne meinen Kanal, liked das Video gerne und wir sehen uns nächstes mal bei einem neuen Teil, Teil 4 kommt bald, ich check mich auch ab, ja ihr könnt ihn auch abchecken und ja dann, tschau.